Ne, warte, ja doch. Na? Ah, läuft schon. So. Wir spielen heute Selma and the Wisp. Das ist ein Indie-Adventure. Soll wohl auch ein bisschen gruselig sein. Geht um ein kleines Mädchen. So einen persönlichen kleinen Albtraum erlebt. Das Spiel hat auch Puzzle-Elemente. Kommt heute erst raus. Ist von Toucan Studios. Ich denke mal, wir machen erstmal die Settings, den Sound, ne? Damit der nicht ganz so laut ist. Machen wir mal alles ein bisschen runter. Wenn es gleich zu laut ist, musst du Bescheid sagen. So. Graphics können wir, glaube ich, lassen. Ich spiele das jetzt mit Tastatur. Gameplay. Keys. Gucken wir mal. Action, ja. Okay. Escape is Return. Alles klar. Wir schauen einfach mal. Back. Continue. Ich hab noch gar nicht gespielt. Spielen wir mal. Chapter 1. Klick to explode. Ah. Ah, wir können mit der Maus lenken. You need a look for... Was? Wordpress? Ja, es ist natürlich schlecht, dass ihr der Text abgehört habt. Das ist der Hand. Selma and the Wisp. Try not to die. Oh. Kumpel. Kumpel. Nein, 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 nein Ah, so viel das gemacht Das ist ja süß Guck mal Ok Was? Press Press E button, ok Ok Ok, jetzt ist er gestorben Aber dass das Bild immer in der Mitte ist, ist ein bisschen doof Das ist genau ein bisschen laut Ist das hier Einstellung? Ja Das ist natürlich genau da drauf liegt Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? So Musik, machen wir ein bisschen leiser Back Back Resume Ok So 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 will ich erst mal alles ein? Apurma Ah Aha Ah 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 Na? Achso, Mädchen, du musst hier... Seht Angst. Okay, wenn sie Angst hat, stirbt sie. So. Guck mal. Wir dürfen sie, glaube ich, auch nicht zu lange in der... Auch nicht zu lange im Dunkeln da durchlassen. Ja, was soll ich damit machen? So, Mädchen, du bleibst da. So. Mhm. Nein! Na, guck mal. Was ist... Ah, guck mal. Nein. Schick. Aha. So, jetzt müssen wir das Licht wieder aufladen. Mal kurz gucken. So, schnell, schnell, schnell. Gerade on the road is... Leave these woods if you can. Over the garden. Okay. Sunset Stroll habe ich gerade freigeschaltet. Das ist eine Laterne. Level 1, finished. Gut. Oh Gott. Oh, das ist ja süß. Ne, da kann ich nicht rein. Oh. Ne, ich komm, ich komm, ich komm. Okay, ich darf es nicht von der Kleine weg. Ja, komm. Okay. Das ist halt das Spiel. Wie viel? Leatherkäfer. So, jetzt kommt es nicht mehr hier raus, oder? So. Ah, doch. Kind. Da bin ich. Ich bin da. Ich bin weg. Geh, gleich! Da, komm mal ja! Uh. Huh. Ja, komm. Ich muss da raus. Oh. Nein. Ja, lebt. Ja. Okay, so. Restart. Da müssen wir doch da anders durch. Willst du warten? Komm, komm, komm. So, jetzt sind wir da ganz kurz. Gottkind, komm. So, die Energie wieder auf... Oh. Immer die Energie aufladen. Wollen wir mal kurz gucken. Wie geht's denn hier weiter? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, ich gehe weiter. Okay. Okay. Das zweite Ding hätten wir... Das wollte ich nicht. So, schnell, schnell, schnell. So, jetzt haben wir das Video. Kann man das Video hier... Achso, wir müssen... Das Wasser aus dem Boot holen. Jetzt haben wir's. Was? Hallo? Äh! Wie bin ich denn in der Hasse angetrieben? Aha! Schnell das Licht aus! Level 2 ist finished! Was zeigt's denn von dem Spiel? Level 3! Juhu! Oh ja! Oh! Ah! Wird doch immer langsamer! Scheiße! Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich brauch' mir Licht! Ich brauch' mir Licht! Ich brauch' mir Licht! Ja, ich hätte schneller reagieren müssen! Ich brauch' mir Licht! Jetzt aber! Ich brauch' den Sternenmachen! Ja! Ich kenne's auch einfach ab. Oh! Oh! Oh, äh! So, Kind, komm. Okay. Da ist die Lady wieder gestorben. Okay. Jetzt darf sie kommen. So, was haben wir hier? So, was ist die Lady? Ich muss jetzt erstmal da hoch. So, so. So, so. Wie kommt sie denn da hoch? Achso, muss ich jetzt wieder zurück? Was fehlt noch? Das Rad. Aha. Oh, 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 schnell, schnell, Licht. Und wieder zurück zu ihr. Das Licht geht zu Ende. Das ist nicht gut. Du hast es nicht. Oh, 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 oh. Oh. Guck mal. Und wieder aufladen. So, wie kommt es jetzt da hin? Springen. Warte mal. Noch ein plötzliches Licht. So. Was haben wir hier? Fahrschuhe. Guck mal. So muss das. Zu mir. Okay. So, jetzt können wir, glaube ich, einmal hier lang. Und. So. Nee, das hat nicht verploppt. Komm mal drüber. Komm. Oh. Oh, jetzt stirbst du gleich wieder. Komm mit. Nee. 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 Nee, 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 nee. Bleibt was schon da oben? Oh, jetzt geht es wieder runter. Und. Jetzt zwar auch lang, aber. Guck mal. Guck mal. Hm. Aber gefällt das Schatz hier, wa? Komm wieder hoch. Komm, 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 komm. Ah. Guck mal. Ach so, die muss ich woanders hinlenken. So, na? Tada. Tada. Guck. Ah, da. Die Knopf nicht mehr hinnehmen. Also, okay. So, ich werde plennen. Ah. 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 Ja, wir müssen ja die Sachen alle mal mitnehmen, ne? Achso, jetzt müssen wir wieder aktivieren. Wie aktiviere ich? Oh, nee, komm. Kommt was wieder? Ja, ja, ja. Achso. So, jetzt hoffe ich mal das hier. Ach, verdammt. Hat nicht mir gereicht. Ja. Oh, whoa. Oh? 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 Achso, damit kamen wir dann wieder runter, glaube ich, ne? Oh oh, oh oh. Was ist das? 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 Wie geht's, was ist das? Schaut mal in etwa die Tür, ne? Was ist это? ito und so. Wissen Sie die Tür? Aber ist das versteckt. Was ist das? Was ist das? Das reicht gar nicht, oder? Ach gut. Nee, ich hab kein Licht mehr. Oder mich? Das ist ein Rätsel, ne? Nee, warte mal, zack, zack, zack. Jo. Nee, das ist es nicht. Das auch nicht. Jetzt vielleicht das. Jawoll. 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 Komm, lass mich mal raus. Level 4 bestanden. Jawoll. Super. Okay, sie muss nach oben. Ich würde sagen, dieses Kapitel machen wir noch. Gehen wir erstmal gucken. Kann hier. Und dann kann hier nichts. Ah. Nichts. Oh. Gucken wir mal, ob sie die da durchfliegen war. Nee, so. Nee, auf jeden Fall nicht. Autsch. Ich glaube, da gibt's noch so einige. Aber da das Spiel neu ist, würde ich ganz gerne mich alles zeigen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ach, kack. Ich bin da dran. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das ist gar nicht so einfach, wie sie kommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich den nach oben gehen kann. Aber ich glaube, ich muss bitte keinen Kugel holen. So. 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 Ich laufe es einfach ruhig, für uns ist es schon. Kann ich mich gerne püfen? Pückt die sich nicht von alleine? Nee, das bin ich. Oder warte mal. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Ja, ja, ja. Ah! Komm, komm, komm. Das ist zu weit. 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 Okay, komm mal hoch. Da haben wir jetzt Schlüssel gelossen. Ich hatte doch eben nur Schlüssel. Ich würde jetzt... Da. Komm. Ich glaube, ich habe nicht zu viel Energie dafür. Ich komme, ich komme, ich komme. Wie ging das? Wir haben das doch gerade geschafft. Ach stimmt, der Schalter. Ah, jetzt ist er geschafft. Stimmt, ja. Stimmt. 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 Okay. 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 Oh, oh, okay, sie darf da nicht vorbeilaufen. Na, die hätte ich mir vielleicht nochmal machen sollen. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Achso, er ist schon aus. Er ist ja schon aus. Wir kommen. Oh, Licht, 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 kommt Schnecke. Habe ich gar nicht gesehen, dass da was war, bevor sie Angst hat. Achso, es ist rot. Wir schaffen das. Jetzt sind wir wenigstens voll. Oh, der kommt schneller, oder? Ach, fuck. Mensch. Es schaffen wir nochmal. Das war jetzt eine lange Pause. Jetzt kommt eine kurze. So. 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 Und schnell. So. 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 Komm Pläne, komm! Kommen wir da vorbei? Ne, da kommen wir so nicht vorbei. Hm? Das ist Schlüssel für den LKW, oder? Was ist denn da? Schau mal! Oh, ihr Lebensbalken geht da in den Backbumpen ab. Komm, 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 komm! Ich muss jetzt beeilen. Komm, komm! Huuuuh, Level 5 auch geschafft! So, ich würde sagen, wir machen jetzt aber Ende, damit die anderen ja auch nochmal ein bisschen was sehen. Oh, ich führe sie gerade weiter. So, machen wir hier mal aus. Und ich sehe leider nicht, wo hier was hingeht. Warte mal, ich mach mal... Nö. Ich würde gerne... Aha. Back. Back. Und das hier... Back. Da muss ja irgendwo hier unten quits... Exit-Menü. Genau. Ja. Das ist halt ein bisschen doof, wenn das alles überlappt, ne? Dann. Ja.